Aber freut mich, dass wir das jetzt gelernt haben. Können wir den jetzt? Ich muss, ja, können wir. Ich muss gleich mal reingucken. Von der Low-Stands. Aber wir boosten erstmal Health. First things first heißt das immer so schön. Oh, das können wir schon nicht mehr leisten. Using the power of your regular attacks and the brakes. Okay, dann gehen wir jetzt natürlich noch das. Noch mehr Power. Heat gauge will rise when you perform a jumping flourish near an enemy. Reduces the rate. Okay. Dann machen wir das. Ist günstig. Break roll. So, perform an evasive move and attack after the enemy breaks through your guard. When your guard is broken. Vier drücken. Okay. A highly safe spinning move that can be performed when you have your guard up. Hold all eins. Dann press X. Okay, ich nehme mal diesen move noch mit. Und das war's. Mehr können wir uns nicht leisten. Wir haben gerade ziemlich viel Punkte ausgegeben. Zeit für ein Tanzduell. Hat die gerade jemand voll zur Seide gestoßen? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Redu. Wir haben's fast geschafft. Wir haben's fast geschafft. Ich lauf komisch. Ich... Komm mal. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Endlich. Wir kommen jetzt zu Maharaja. Ja, es war uns die ganze Zeit nicht freigeschaltet, jetzt ist es es. Hallo, Sir. Hier geht's. Also wir bezahlen uns mal unsere Eintrittssache. Danke, Sir. Bitte geniht deine Zeit mit Maharaja. Ja, dance, dance, dance. Und hier kann man relaxen? Ich weiß ja nicht. Wow! Ich habe mich sehr sehr gut. Aber wenn man zwei Leute hier sind, ist das gut. Da ist es nicht so gut. Ich habe mich immer vielfach mit Schampen zu machen. Ich habe mich so einen Freund. So ist das? Das ist so wichtig. Das war's für mich. ... Gehe oder? Hallo! Wir müssen wir jetzt hier machen. Schau mal, ich spreche! Ich habe mir gedacht, dass ich mich selbst aus dem Weg zurückgebracht habe, wenn ich mich wieder zurückkommt. Was? Was ist denn so? Das war's für heute. 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 Perfekt. I was hoping I would get a chance to try out a breakdancing ship I saw on the bridge. Okay, let's dance. This is the breaker style. Pull off an extra attack from a freeze pose. Trigger an attack to follow by a combo attack to finish with a freeze pose. From this pose you can unleash an additional attack, a finishing blow called the double breaker. Yeah, yeah. 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 I can't do it. I can't do it. Take down. Use breaker style to finish off the enemy. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. Okay. I can't do it. Okay. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. You've got an extra attack. And the other person has to tell him how she works. Why, the hell? So far, we have time to ask her. Maybe I told you the truth. I'm a member of theiniest. I took a先生. And he told me a few things. But he told me he's a member of the death pose. I know. But. But you can't believe that. He's a member of theiniest. I don't think so. Sollte. Ich glaube, der Mann ist ein Mensch. Wenn du nicht ein Mensch fragen willst, wird er schuldig. Oh! Aber ich glaube, nur ein Stück, dass du über den Mann verabschiedst. Was ich? Wenn du jemanden in der Kümmel oberstuhl mit einem Männern kennenzulernen, dann musst du dir mal eitig. Wo ist das ein Mensch? Wer ist das? Ich weiß es nicht, wir sind mit der nächsten Zeit. Die nächste Zeit? Wir spielen noch? Wir sind jetzt hier. Tschüss. Tschüss. Ich weiß, wo Makoto Makimura ist. Es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das, was er gesagt hat. Entweder ein Saint oder ein Scumbag. Ein Mörder ist ein Mörder. In dem Fall stellt sich ein Scumbag heraus, als ob er ein Saint ist. How is a total Scumbag exploiting woman for cash turned into a Saint going around saving him? Weil er jemanden sucht, eben mit dem Fledermaus-Tattoo. Wer auch immer das ist, könnte auch das Hagawa sein. Der will dann halt loswerden. Und was ist das Problem mit dem Fledermaus-Tattoo? Es ist egal. Saint oder Scumbag. Ich töte Makimura. Das ist der Job. Ich sollte bei Hogoshi Kaiten sein. In Shofuku South. Ich werde das heute mal finishieren. zu nehmen. Wir schauen uns das auf der Karte nochmal an. Da ist der. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Also dann. Einerseits ist da wahrscheinlich der Weirdo und eben dieses Training, was wir noch auf jeden Fall abschließen wollen. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal bewerkstelligen jetzt. Was? Oh verdammt. Yo, Shades! Hm? What? Wow. No. You're the guy from Iwao Bridge. Who was ducking it out with the big dude with your breakdancing or whatever. Boomso. I feel that. I felt that. Huh? The hell are you exploding from? The battle was sick, yo. Those moves got me seriously bugging. I thought I would see the best sabbatore had to offer. But you skills are to the curb. Oh. That's what this is about. Look. I just tried out some random stuff and came to mind. It's nothing. The hell you talking man? It was like a ball from the blue to me. You shout out from God. You gotta join my crew. We need you. Crew? It's here. Yeah. Areshi crew. If you join up, we would be kings of Satinboro. You know? The music is so unpassend. Areshi is the crew's name. And Areshi is my name. So yeah. Welcome aboard, dog. You nuts. Why should I waste my time playing around with you and your friends? Go find somebody else. I ain't playing, fool. Me and my crew. We in this for real. I'm drawing down every day. We're gonna take over this town. Then Japan. Then the world. Feel me? Yeah, that's great. And just how you plan on taking over the world by dancing on the side of a damn street. Hey, lots of folks come to Satinboro. Entertainment bigwigs gotta be in the mix, yeah? You get one of those cats attention. Who even knows? I suppose it's not impossible. There are plenty of guys like that coming through my club every night. Wait, I see it. If you want the big boys to take notice, I gotta stand out more than anybody else in this town. Do that and getting my ass on TV is probably possible. Huh? That's some plan. And I figure into all that how exactly? It hit me while I was watching you battle, dog. We take your ill moves and pump up the volume a bit. We will be crushing every other crew in Osaka. I already got ideas for a whole bunch of sick new moves. You got those under your belt. You will be unstoppable, son. Hmm. Can't say I care much about dancing, but I'm pretty curious about where I can take this fighting style. And hey, you don't get a... Give me an answer right now. Think on it. We are practicing in the alley behind Shofu... West. You decide we are in. You come see us. Cool? Alright. Sure. Shofu... Kuchu... West, right? Maybe I will drop by. Don't get... Go getting your hopes up, though. Name's Majima, by the way. Majima-san? Tight. We will be waiting for you. You gotta come by sometime. Okay. Cool. Das ist doch aber jetzt genau das, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Und ich dachte, wir würden dann den Perversen treffen. Aber gut, dann haben wir wenigstens jetzt einen neuen Kampflehrer noch dazu gewonnen. Und jetzt gehen wir trotzdem... Ah, da ist eine Karte! Speichern, wollte ich sagen. Saki Hatsumi. Hallo. Type-C. Haben wir auch noch was dazu bekommen. Und da ist unser Freund, der Speicherpunkt. Ja, wir erspeichern. Wee. 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 Club gehen oder was auch immer. Und werden noch ein bisschen Training machen. Auf jeden Fall. Äh, genau. Das steht auf der Agenda beim nächsten Mal. Ja, genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auch. Wir haben jetzt sogar endlich mal wieder ein bisschen Hauptstory gemacht. Und jetzt geht's endlich mal weiter. Haben wir ein bisschen mehr von dem Hintergrund erfahren von Goro. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin, euer Jemmo hier bei MugenMods. Moe sagt Cheerio und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.